Im Rahmen unserer neuen Kompressorgarantie Plus finden deutschlandweit Schulungen statt, die das Wissen rund um den fachgerechten Kompressoraustausch an Mitarbeiter teilnehmender Werkstätten vermitteln. Bei einer dieser Schulungen, in diesem Falle im Trainingszentrum von Hella Gutmann Solutions in Erwitte konnten wir Teilnehmer über ihren Eindruck befragen. Wie wir die Rechnungsstellung für den Gewährleistungsantrag ausfüllen müssen, was da drin sein muss, was außen eingebaut werden muss, welche Teile wir einschicken müssen und wie dann die Gewährleistung bei der Hella weitergeht, dass die Kosten übernommen werden, in welchem Zeitrahmen das läuft, wie schnell das geht. Theoretische Schulungselemente werden mit praktischen Übungen verzahnt. Das Workshop-Konzept orientiert sich so nah an dem Bedarf der Werkstätten. Ja, die Erwartungen waren ganz einfach hier, was man halt über Klimakompressoren halt noch so, was man halt falsch machen kann beim Einbau. Und das halt über das Thema Gewährleistung, wie man da gerecht wird. Aber das läuft schon alles ganz gut. Also ich bin zum ersten Mal hier, alleine schon von der Werkstatt aus, von der Atmosphäre, von dem Durchlauf, was heute schon gemacht worden ist. Also da war ich sehr zufrieden. Finde ich sehr zufrieden. Wissen aktualisieren, Informationen sammeln. Auch erfahrenste Werkstattmitarbeiter schätzen diese Gelegenheit, um ganz individuelle Fragen an den Profi zu stellen. Die Fachkräfte fischen nicht einfach Erlangtes auf. Sie intensivieren ihre Kenntnisse über moderne Kompressortechnologie nachhaltig. Ich weiß ja konkret, jetzt Kompressor ausbauen und das ausbauen, dass wir natürlich jetzt mit einem anderen Hintergrundwissen arbeiten. Das ist natürlich klar. Die Teilnehmer sind interessiert, motiviert und engagiert dabei. Sie realisieren sehr schnell, wie das hier generierte Wissen ihren Werkstattalltag bereichern wird. Ich wollte schon wissen, wie man fachgerecht einen Kompressor ausbaut, damit es hinterher bei Reklamationen noch keine Schwierigkeiten gibt. Deswegen war ich hier. Die Schulung ist sehr gut, macht Spaß. Sehr locker alles. Und vor allem jetzt die praktische Ausbildung gleich, dass man das auch mal sieht, weil ich das selber noch nicht gemacht habe. Alter spülen. Klar, Klimakompressor hat jeder schon mal ausgetauscht, der in der Branche tätig ist. Aber ansonsten sehr gut, macht Spaß. Der praktische Ausbildungsteil dieser Schulung findet in der 580 Quadratmeter großen Werkstatthalle statt. Raum für lebensechtes Training am Objekt. Für uns gibt es keine Probleme mehr bei der Garantieabwicklung. Wir wissen, wir erfüllen einen Standard, indem wir diesen Kompressor austauschen. Und dieses bekommen wir durch die verkürzte Garantiezeit oder die Abwicklung der Garantie wieder zurück. Ich denke, das ist ein großer Vorteil für uns. Mit der Resonanz bin ich sehr zufrieden. Ich glaube, die Schulungsteilnehmer empfinden die Schulung auch als sehr locker und praxisnah. Die Infrastruktur hier in Erwitte, die ist natürlich optimal für die Schulung, um das Thema wirklich auch praxisnah und detailliert rüber zu bringen. Den theoretischen Teil haben wir abgeschlossen als Voraussetzung für die praktischen Tätigkeiten, die jetzt am Fahrzeug kommen. Jetzt bin ich sehr gespannt über die Ergebnisse am Ende des Tages und die finale Resonanz der Teilnehmer. Von dem Ablauf, vom Inhalt der Kompressor Garantie Plus Schulung bin ich sehr zufrieden. Ganz besonders gefällt mir die Verknüpfung von Theorie mit der Praxis bis hin zu Übungen am konkreten Modell. Mit der Schulung Kompressor Garantie Plus geben wir der Werkstatt das Rüstzeug für einen fachgerechten Kompressortausch an die Hand. Und letztendlich profitiert davon der Kunde der Werkstatt, sprich der Autofahrer, durch eine fachgerechte Reparatur und andererseits die Werkstatt selbst, indem im Nachhinein e-barige Gewährleistungsfälle am Kompressor anstandslos anerkannt werden. Seien auch Sie dabei. Holen Sie sich Ihre Bär-Hella-Service-Kompressor-Garantie Plus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017